Nachdem Jesus gekreuzigt wurde und von den Toten auferstanden war, waren alle überglücklich, wieder mit ihm zusammen zu sein. Und unser Glaube, dass Jesus der Messias war, wurde hundertfach gestärkt. Er hat den Tod überwunden. Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, dass du Israel befreist und unser Königreich erneuerst? Nur Gott, der Vater allein, hat die Macht, den Zeitpunkt dazu zu bestimmen. Und euch steht es nicht zu, das zu wissen. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Und ihr werdet meine Zeugen sein, um den Menschen überall von mir zu berichten. In Jerusalem, in ganz Judäa und in Samarien. Bis an die Enden der Welt.